Hi zusammen, heute geht es um das Thema Poolleuchten. Ich habe hier mal eine MyLight bzw. MyBoxer Poolleuchte mitgebracht. Die ist für Gleichstrom und Wechselstrom und ist RGB-CCT fähig. Das Ganze fungiert auf dem Lora-System, das heißt also Long Range. Und was die alles kann, wie man sie einrichtet und so weiter, das schauen wir uns jetzt zusammen an. So, als erstes gucken wir uns mal an, wie die ganze Geschichte angelernt wird. Das ist ziemlich einfach, dafür trennen wir jetzt einmal kurz den Strom bei der Poolleuchte. Und dann schalten wir ihn direkt wieder an. Und dann drücken wir dreimal bei der Zone, wo wir es anlernen wollen, auf den Anschalter. Das haben wir jetzt schon gemacht und jetzt ist das Ganze schon angelernt. Man hat das mit dem grünen Leuchten jetzt eben gerade schon gesehen. Ich schalte jetzt einmal aus und wieder an. Und jetzt können wir hier einmal durch die Farben durchgehen. Einmal der schöne Farbkreis, wunderbar. Dann kann man das Ganze selbstverständlich auch noch auf Weiß schalten. Und wir können dann hier zwischen Kaltweiß und Warmweiß wunderbar wechseln. Und auch runter dimmen und wieder hoch. Genau. Das sind eigentlich erstmal so die wichtigsten Sachen. Ansonsten hat MyLight hier so Standard-Modi-Wechsel drauf, die man dann auch einschalten kann, indem man hier auf M drückt. Wenn man nochmal M drückt, dann kommt halt der nächste Modus. Und so kann man da so wild durchwechseln. Speed kann man auch anpassen mit Plus und Minus, entweder langsamer oder schneller. Und wir gehen jetzt einmal auf Weiß. Und dann zeige ich jetzt im nächsten Schritt, wie man die ganze Geschichte auch wieder ablernt. Das ist auch ziemlich einfach, indem man einfach den Strom nochmal trennt. Und direkt nach dem Anschalten drückt man insgesamt fünfmal auf den Anschalter, genau bei der Zone, wo man das Ganze auch angelernt hat. Und das rote Blinken signalisiert dann auch, dass das Ablehren erfolgreich war. Jetzt geht hier nichts mehr. Das heißt also, ich kann jetzt hier nicht mehr mit An- und Aus- oder sonstigen anderen Befehlen diese Lampe beeinflussen. Eine Besonderheit gibt es bei der Lampe noch. Wenn man mal keine Fernbedienung zur Hand hat, dann kann man auch mittels des An- und Ausschalters auch einfach die Modis wechseln. Wenn man einmal kurz aus- und wieder anschaltet, dann wird hier der Modus gewechselt. Und beim nächsten Mal An- und Ausschalten geht dann der nächste Modus an. Das heißt also, man kann mit An- und Ausschalten wirklich immer weiter in den Modis wechseln. Super. Zu den technischen Daten ist zu sagen, dass die Lampe 27 Watt hat bei 2000 Lumen und das ist eine ordentliche Ansage. Durch Lora kann man sie in einer Distanz von über 50 Metern steuern und der Abstrahwinkel hat 160 Grad, was auch bei einer Poolleuchte ziemlich gut ist. Wenn euch das Video zur PW01 gefallen hat, dann würde ich mich natürlich selber ein Like von euch freuen. Ansonsten Kommentare, Anregungen sehr gerne unter das Video und wo ihr das Ganze bekommt, findet ihr selbstverständlich auch in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.